Ich bin Antoine, Antoine de Roque. Der Sohn von Jean-Louis? Genau. Er ist mein Vater. Wie geht es ihm denn? Bedauerlicherweise geht es ihm nicht so gut. Deshalb habe ich mir erlaubt, sie ausfindig zu machen. Was ehrlich gesagt nicht so einfach war. Sie fahren wirklich sehr gut, finde ich. Vielleicht nicht sonderlich schnell, aber sehr gut, sehr gut. Das ist ja schon mal was. Aber so können wir mehr Zeit zusammen verbringen. Stimmt auch wieder. Wieso sind Sie eigentlich so nett zu mir? Glauben Sie, ich sterbe bald? Hören Sie gern Musik? Äh, ja, ich liebe Musik. Sie ist immer 20, die Musik. Das ist, das ist Cale Giraud, mein Lieblingssänger. Ah, ja? Herzlichen Dank für diese Spritztour. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich habe nur Wort gehalten. Ja, trotzdem freue ich mich sehr darüber. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich arbeite. Ich mache viele schöne Dinge. Ah, kann ich mir vorstellen, schöne Dinge passen zu Ihnen. Sagt Ihnen der Autoville etwas? Nein, nie gehört. Rom kenne ich. Ich habe, ich habe dort eine Frau geliebt. Wir hatten eine Tochter. Nein, der Will kenne ich nicht. Der Weg, wir haben es gemacht. Es war schön, der Weg. Und du bist immer noch meine Reise, ohne zurück. Die Frage gestellt, du bist, du bist, du bist, misst, du bist. Da kann ich nicht mehr Wingeln Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wollen Sie mit mir durchbrennen? Na los, küssen Sie mich! Das wäre verrückt. Und wie lange haben Sie schon nichts Verrücktes mehr gemacht? Entschuldigung, Autos sind auf der Promenade verboten. Seit wann? Seit 50 Jahren, da fuhr so ein Idiot im Ford Mustang hier rum. Das war ich. Nur wenige Frauen haben mich so angesehen. Ich kann mich noch genau an sie erinnern. Du warst so schön. Verliebte sind doch immer schön. Stimmt, wie schön man sein kann, wenn man verliebt ist. Toujours, c'est toi, toujours.